Der Sound eines Sechzylinder-Boxermotors von Porsche hat eigentlich schon Heritage und legendären Status. Es hat es nicht einfacher gemacht, einen Sound für ein Elektrofahrzeug zu entwickeln, weil natürlich der Wunsch eines jeden Sounddesigners da ist, ein ähnliches für ein Elektrofahrzeug zu schaffen. Wir haben jetzt das erste Elektrofahrzeug mit einem wirklich unverwechselbaren Sound. Wenn man die beiden Worte Sound und Fahrzeug in den Mund nimmt, landet man unwägerlich bei Porsche. Ich bin Sachgebietsleiter Active Sound Design und mein Job ist es, unsere elektrischen Fahrzeuge nach Porsche klingen zu lassen. Als kleines Kind war es schon so. Als ich damals einen Elfer gehört habe, war ich immer begeistert von diesem markanten, kraftvollen Sound eines Sportwagens. Jeder Porsche hat eigentlich einen unverkennbaren Sound. Durch die verschiedenen Motorisierungen und Baureihen hat jeder seinen eigenen Charakter und auch das wollen wir für den Taycan erreichen. Wir haben hier ein zweistufiges System. Zum einen der Pflichtteil, der in einem niedrigen Geschwindigkeitsbereich aktiv ist. Wenn der Fahrer es aber möchte, hat er die Möglichkeit, sich einen Porsche Electric Sport Sound hinzuzuschalten, womit das Feedback des Fahrzeuges akustisch untermalt wird. Der Sound des Taycan ist eine Teamarbeit. Es ist nicht nur von uns Sounddesignern eine Leistung, sondern von der gesamten Akustikabteilung und der gesamten Entwicklung. Ich bin gespannt, wie dieser Sound in 50, 60, 70 Jahren sein wird, dieses Fahrzeuges auf Oldtimer treffen. Die Musik Die Musik Die Musik Untertitelung des ZDF, 2020